Das passiert bei 3 Minuten Eisbaden mit dem Blut der Menschen. Die Intention des Körpers ist es a prior arterhaltende Maßnahmen in jeglicher Lebenslage einzuleiten und aufrechtzuhalten. Keine Reaktion des Körpers sind arbiträr. Es gibt keine Willkür im menschlichen Körper. Alles hat einen Grund. Der Blutdruck steigt, da die Arterie verengt. Man hat Durchfall, da der Körper Erreger oder Stoffe entsorgen möchte. Man hat Schmerzen, damit der Körper signalisiert, diese Position ist unvorteilhaft. Menschen werden nicht umsonst dümmer, sondern weil sie ihr Hirn nicht nutzen. Da das Hirn bis zu 20% der Gesamtkalorien für sich beansprucht, kann der Körper beim Abbau von Neuronen ganz schön Energie sparen. Man mag es kaum glauben, aber man munkelt, dass der ein oder andere Politiker den Kalorienverbrauch des Hirns bereits schon auf 0 Kalorien gesenkt hat. Das ist etwas Natürliches, denn der Körper spart, wo er kann, denn Kalorien halten ihn am Leben. Das Gleiche gilt übrigens für die Muskeln und nicht nur Neuronen im Hirn oder auch für Immunzellen oder auch die sauerstofftransportierenden Zellen oder auch Antioxidantien, die der Körper selbst synthetisiert. Bringt man den Körper nicht in eine Situation, wo er sie braucht, wird er verkümmern und in einer Art Winterschlaf verfallen. In einer Welt, in der der Mensch in unseren Breitengraden, in einer Fülle lebt, in der er so gut wie keine Nahrungsmittelknappheit kennt, macht es sehr viel Sinn, eben nicht von dieser Art erhaltenen Maßnahme des Körpers Gebrauch zu machen, sondern ganz im Gegenteil, unseren Körper herauszufordern und an seine Grenzen zu führen, denn genau das ist Lebensverlängern auf lange Sicht. Um es banal auszudrücken, alles, was unbequem ist, macht uns stärker. Daher entstand auch der Satz, was sich nicht umbringt, macht dich stärker. Um das zu quantifizieren, ein Beispiel. Menschen, die Sport treiben, profitieren davon, dass ihr Herz-Kreislauf-System trainiert wird. Folglich ist das Herz stärker, wenn es natürlich auch mit den richtigen Nährstoffen und Vitaminen und Mineralien versorgt wird. Daher sind die Ruhephasen für das Herz deutlich leichter für trainierte als für untrainierte Herzen. Eine Metanalyse aus dem Jahre 2022 bringt diese Zahlen in Zusammenhang, in einen Konsens genau genommen. Angenommen, du würdest 100 Jahre alt werden mit Sport, dann wirst du laut diesen Ergebnissen ohne Sport bis zu 17% davon verlieren durch eine Erkrankung. Das würde dann 17 Jahre ausmachen durch eine Erkrankung. Der Körper wird gezwungen, sich anzupassen. Das können wir aktiv tun, denn unser Bewusstsein bestimmt zum größten Teil, was wir mit unserem Körper anstellen. Dieser reagiert dann darauf, indem er sich anpasst an das, was wir ihm zumuten, oder er stirbt daran. Doch gilt diese Theorie auch als verifiziert, wenn es um Kälte geht, kann diese ebenfalls den Körper stärker machen. Denn oft hört man im gleichen Zusammenhang, dass man sich erkältet. Welcher Mechanismus liegt dem zugrunde? Trivialname Erkältung genau genommen zugrunde. A priori ist der Körper permanent Erregern ausgesetzt. Diese Konzentrationen sind nur dezimiert durch unser Immunsystem. Wird dieses Immunsystem temporär geschwächt, gelingt es den omnipräsenten Erregern im Körper, die Überhand zu übernehmen. Dies manifestiert sich in Symptomen, die wir wahrnehmen, wie Halsschmerzen, Nasenschleim usw. Bei einer Kälteexposition wird die Bewegungsfähigkeit von Immunzellen eingeschränkt, da das Blut und die Lymphe Träger werden in bestimmten Arealen im Körper, gerade den Extremitäten wie Füße, Hände usw., die am weitesten entfernt sind von der Körpermitte und damit dem Herzen. Das sieht man hier, dass nach einigen Minuten die Konzentrationen sinkt der Immunzellen und später wieder steigt, der der Körper mehr bildet. Dies hat zur Folge, dass in der Abwesenheit von Immunzellen die Erregerkonzentrationen temporär zunimmt. Passiert dies in einem Maße, dass das Immunsystem dies nicht mehr eindämmen kann, auch nach Abschluss der Kälteexposition erkältet man sich. Demnach lässt sich auch feststellen, dass Kälte dem Körper dazu veranlasst, mehr Immunzellen zu bilden. Denn er muss die Immobilität durch die Kälteexposition ausgleichen, indem er die Quantität der Immunzellen erhöht, also mehr davon bildet. Die Intention des Körpers ist folglich, je mehr Immunzellen präsent sind, desto weniger müssen sich die bestehenden Immunzellen auch bei Kälte bewegen, um überall die Erreger einzudämmen. In einer interessanten Studie, die über 8 Wochen ging, mit 24 gesunden Probanden, wurde der Zusammenhang gezeigt zwischen 3-minütigen Eisbädern und der Reaktion des Körpers darauf. Es wurden Ihnen vor dem Eisbaden 30 Minuten genau genommen davor, 24 Stunden später auch Blutproben entzogen. Wir schauen uns zusammen mal die Ergebnisse in dieser Tabelle hier an. Als erstes, die beiden unteren Parameter sind sehr interessant. Vitamin A und Vitamin E sind gemessen worden. Das sind essentielle Hydrophobe, also fettlösliche Vitamine. Diese müssen wir zuführen, da der Körper sie so nicht einfach bilden kann. Diese haben sich nicht verändert. Was wichtig wäre, um die Messmethodik zu validieren, dass nicht einfach alles willkürlich steigt, denn durch Kälte können keine essentielle Vitamine steigen, da sie zugefährt werden müssen. Das hat hier schon mal gut funktioniert. Die nächsten drei Werte sind alle statistisch signifikant gestiegen in der Zeit, wo das Eisbaden praktiziert worden ist. Unten die Glutathion-Peroxidase hat sich sogar fast vervierfacht. Was bedeutet das für unseren Körper und was bedeuten diese Enzyme, die dort gemessen wurden? SOD ist die Abkürzung für das Superoxid-Dismutase-Enzym. CAT ist die Abkürzung für die Katalase und GPX für die Glutathion-Peroxidase. Das alles sind körpereigene Antioxidantien, die eine sehr, sehr starke antioxidative Wirkung haben auf Sauerstoffradikale im Körper. Sie können diese entgiften. Zu nennen wären dort das Superoxid-Radikal und der Wasserstoffperoxid, der beim Abbau von Radikalen entsteht. Diese Radikale zerstören und entarten Zellen bei uns im Körper, wenn diese nicht neutralisiert werden durch Superoxid-Dismutase, Glutathion oder Katalase. Doch was ist der Grund, wieso die Kälte uns diesen wunderbaren Antioxidantien beschert hat? Der Grund ist, dass Wärme in unserem Körper durch die Kraftwerke unserer Zelle abgestrahlt wird. Als Abwärme. Genau genommen, wenn wir Kalorien verbrennen, der Prozess des Kalorienverbrennens ist so ineffizient, dass ein erheblicher Teil des Kalorienverbrennens nicht genutzt werden kann als Bewegungsenergie, sondern diese verfliegt als Abwärme. Das ist unsere Körpertemperatur. Wenn wir wenig oder dysfunktionale Kraftwerke in unseren Zellen haben, sind wir nicht nur müde, haben massiv erhöhtes Krebsrisiko, sondern uns ist auch kalt. Daher wird der Körper bei Kälte seine Mitochondrien so richtig anschmeißen, um Kalorien zu verbrennen, um Wärme zu erzeugen. Doch jedes Mal, wenn wir Zucker oder Fett verstoffwechseln, entsteht bei uns im Körper auch Sauerstoffradikale. Genau, jenes, welches ich genannt habe, das Superoxidradikal. Das ist aber kein Problem, denn unser Körper hat körpereigene Antioxidantien, um diese zu neutralisieren, diese Radikale genau genommen, die bei der Energiegewinnung die ganze Zeit bei uns im Körper entstehen. Nur müssen davon genügend gebildet werden im Körper, und zwar selbst, um übrig zu bleiben. Denn ein ungesunder Lebensstil verbraucht diese ja auch gleichzeitig. Man kann es nicht so sagen, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Wo Energie erzeugt wird im Körper, entstehen auch Radikale. Daher ist der Anstieg der körpereigenen Antioxidantien so zu erklären, die Kälte lässt die Kraftwerke der Zelle auf Hochtouren laufen. Dabei entstehen Sauerstoffradikale bei der Wärmeherstellung. Und daher bildet der Körper protektiv körpereigene Antioxidantien, um diesen Prozess abzupuffern. Daher haben die Probanden dauerhaft erhöhte Antioxidantien im Blut, da der Körper sich auf die nächste Kälteexposition vorbereitet, die ja hier über acht Wochen in der Studie praktiziert worden ist. Der Vorteil davon ist, dass die Menschen jetzt die restliche Zeit, wo keine Kälteexposition stattfindet, ebenfalls besser geschützt sind vor Sauerstoffradikalen, da ihre körpereigene Antioxidantien chronisch erhöht sind. Hurra! Daher kommen die gesundheitlichen Vorteile des Kältebadens zustande. Der Körper bildet mehr Antioxidantien, die ihn rund um die Uhr beschützen und nicht nur bei der Kälteexposition. Erinnert ihr euch noch an das Beispiel mit Sport, das ich genannt habe? Das Herz von Sportlern ist nicht nur während des Sports stärker, sondern das Herz von Sportlern ist auch im Alltag ohne Sport stärker und entlastet es so. Dies führt zu 17% weniger Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Es ist dasselbe Prinzip. Ich habe noch ein wichtiges Video über Kältebaden gemacht vor einem Jahr, das ich nochmal empfehle, denn es kann auch negative Folgen haben bei Nichtgesunden. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf purazell.de könnt ihr mich gerne unterstützen, wenn ihr Wert auf unabhängig, laborgeprüfte, wissenschaftlich konzipierte, made in Germany, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsmittel und Pflegeprodukte legt. Bis gleich auf purazell.de und danke schön für deinen Support. Du bist es dir wert.